Hallo zu unserem neuesten Arteshot. Wir reden über den iranischen Film Ballade von der weißen Kuh. Regie geführt haben Betash Saniha und Mariam Mohadam, die auch gleichzeitig das Drehbuch geschrieben haben. Der Film hatte seine Weltpremiere auf der letztjährigen Berlinale und es geht ganz kurz skizziert um eine verwitwete Frau im Iran. Genauer gesagt ist ihr Mann zu Unrecht hingerichtet worden, wie sich zu Beginn des Films herausstellt. Und nun ist sie auf der Suche nach Kompensation vom Staat, vom Regime. Gleichzeitig bekommt sie Besuch von einem fremden Mann mittleren Alters, der angibt, dass ein Freund ihres getöteten Mannes ist und den Rest wollen wir hier nicht verraten. Daraus entwickelt sich dann eine sehr interessante Geschichte über das Regime und über natürlich auch persönliche Beziehungen. Axel, was sind die ersten Sachen, die dir dazu einfallen? Mein erster Gedanke ist natürlich, das ist typisches iranisches Kino. Das ist auch die Generation, also das Ehepaar, das den Film gemacht hat, ist befreundet, also ein Ehepartner sind so alt wie Aschka Faradi, wie Mohammed Rasoulou. Von dem hatten wir vor einem, vor zwei Jahren Film, Doch das Böse gibt es nicht, bei dem es auch um Hinrichtung, um Todesstrafe, um Schuld und Sühne geht. Hat im Jahr davor den Goldenen Berg gewonnen. Genau, genau. Und der Film ist in meinen Augen auch ähnlich stark, also weil er für mich ähnlich und noch viel intensiver, weil doch das Böse gibt es nicht, war ja eine Geschichte, die vier Episoden erzählt hat und dadurch hat es für mich im Laufe des Films ein bisschen an Kraft, an Intensität verloren und das ist hier anders. Und wenn ich natürlich sage, das ist der typische iranische Film, dann ist es auch deswegen der typische iranische Film, weil er natürlich dieses moralische Dilemma ins Zentrum stellt, in einem Land, wo das Individuum immer wieder gegen den Staat kämpfen muss einerseits und all diese Filme sind ja verklausuliert. Das heißt, sie haben etwas Parabelhaftes, weil sie natürlich auch immer gegen die Zensur arbeiten. Um überhaupt die Möglichkeit zu haben, ins Kino zu kommen, kann man sie nicht ganz so direkt erzählen und dadurch entfalten diese iranischen Filme auch eine unglaubliche Intensität, weil es immer was Parabelhaftes hat. Und gleichzeitig, große Klammer auf, muss man natürlich sagen, dass es das iranische Kino ist, was bei uns ankommt. Im Iran gibt es natürlich auch ein ganz anderes Kino. Ich bin zweimal im Iran gewesen, bin stundenlang mit Bussen durchs Land gefahren und da werden auch ständig Filme gespielt, iranische Produktion, die nichts, aber auch gar nichts mit diesen moralischen Abhandlungen und sehr poetischen und sehr ausgereiften, charakterstarken Filmen zu tun haben, von dem wir jetzt gerade geredet haben und über den wir jetzt noch weiterreden werden. Genau, also es ist halt so ein klassischer Vertreter dieser Iranian New Wave, die ja schon seit mehreren Jahrzehnten am Dahinschwemmen ist und wo es viele fantastische Filme gegeben hat und die auch wirklich jedes Jahr aufs Neue zur Berlinale eingeladen werden, in den Wettbewerb wie dieser Film hier auch. Sind natürlich auch sehr stark vom europäischen Kino beeinflusst. All diese Filmemacher ist also kein, wie soll man sagen, genuin aus dem persischen, sagen wir mal, hat keinen genuin persischen narrativen Ursprung, würde ich sagen. Also es ist nicht so erzählt, dass man es als Europäer nicht sofort verstehen würde, was hier passiert. Es geht halt vor allen Dingen um Beziehungen in dem Film und weniger um dieses stark politisch und gesellschaftlich aufgeladene Thema, was ich diesem Film sehr zugute halte, weswegen er mir auch besser gefallen hat als doch das Böse gibt es nicht. Bei dem, wie ich fand, der Film doch weniger auf die Figuren, sondern sich so fast mathematisch irgendwie an so einem Themenkomplex abgearbeitet hat. Hier sind die Figuren zwar auch so was wie in so einer Versuchsanordnung, aber es sind doch mehr als jetzt nur Schachfiguren. Und es wird, weil mehr Zeit ist für diese ganze Geschichte, als in diesen vier Geschichten wird halt Alltag sehr genau skizziert. Wie lebt eine alleinerziehende Frau mit einem stummen Mädchen? Sie ist nicht taubstumm, aber stumm. Wie sieht der Schulalltag aus? Wie verdient sie das Geld? Wie geht sie mit Männern um, die sie besuchen? Welche Probleme gibt es da? Das wird alles sehr differenziert und fast schon dokumentarisch geschildert. Und auch natürlich der Mann, der irgendwann ins Spiel kommt, auch dessen Leben wird sehr explizit und sehr genau geschildert. Und das macht den Film halt so stark, dass er nicht nur Parabel ist, sondern auch Gegenwart, Alltag sehr genau erzählt. Natürlich denkt man, wenn ich jetzt europäische Kino angesprochen habe, auch an europäische Literatur oder eben Literatur in so einem euroasiatischen Kontext. Man denkt an Kafka wegen diesem Parabelhaften, und wegen diesem Kampf Mensch gegen System. Man denkt an Dostoevsky bei dem Thema Schuld und Sühne natürlich ganz stark. Der Film ist ja noch spannend, weil er sich, wie gesagt, eben doch sehr stark auch auf seine Figuren konzentriert, weil es zwei Menschen im Ausnahmezustand sind, die sich ja auch aufeinander zubewegen. Und der Film ist ganz genau beleuchtet. Und der Film auch erzählt, was ich ganz gut finde hier übrigens sehr stark, dass ein menschenverachtendes System nicht nur auf alle Teile der Gesellschaft ausstrahlt, sondern eben auch wirklich auf jedes einzelne Individuum. Es ist unmöglich, sich in so einem System seinen Seelenfrieden zu bewahren, ob du direkt daran beteiligt bist oder nicht. Und selbst wenn du auf Seiten der Justiz stehst, hast du gar keine Chance, dem irgendwie zu entkommen. Und hier wird eben gezeigt, sehr organisch finde ich, wie sich das tatsächlich auf einzelne Schicksale dann runterbrechen lässt. Also es ist kein reiner Sozialkitsch dabei, sondern es ist schon auch böse erzählt, vor allen Dingen die finale Wendung, über die wir jetzt nicht groß reden wollen. Es hat so eine Symbolik, also dieses Thema der weißen Kuh, was ja einer Koransuche entstammt. Und natürlich auch das Opferfest anspielt, bei dem Tiere, auch weiße Kühe unter anderem auch geopfert werden. Also das ist natürlich für eine, letztendlich für eine Hinwendung, für den perfekten Gottesbeweis, den Abraham damals bezüglich Isaak geliefert hat, indem er seinen Sohn, und darauf spielt das Ganze ja an auch, indem er ihn töten wollte und Gott gemerkt hat, er glaubt genug. Und hier fragt man sich natürlich, für wen wird überhaupt noch geopfert? Also wer, da gibt es weder was Religiöses noch was Politisches, dass es wert ist, dieses Opfer zu bringen. Und das ist eigentlich das, das hintergründige, sehr böse und spitze Thema, was natürlich dann diese Symbolik aufwirft. Die Opferthematik erstreckt sich dann letztendlich auf alle beteiligten Figuren, also auf den hingerichteten Mann, auf die jetzt eben verwitwete und alleinerziehende Frau, aber auch auf den Freund, der dann auf einmal auftaucht. Und ich finde es halt gut, dass es weniger diesen Symbolismus hat, der irgendwie über allem schwelgt, alles kaputt haut, sondern dass es hier wirklich konkret eben mit Figuren in Verbindung gebracht wird. Und man aber auch hinterfragen kann, sind sie nicht doch mehr als nur Opfer? Zumindest auf die Protagonistin lässt sich das ja anwenden, die übrigens die Autorin und Regisseurin auch des Films ist. Also sie ist Schauspielerin, schon seit langem eine sehr gute, sehr erfolgreiche Schauspielerin im Iran. Und das ist, glaube ich, jetzt der erste Film, den die Ehepartner in der Handel machen. Und man sieht irgendwo, dass es ein Debüt ist. Man sieht aber auch, dass sie schon Erfahrung haben in gewissen Bereichen. Das ist jetzt dann doch wieder kein klassisches Debüt, weil es nicht überlagert ist, weil die sich eine simple Geschichte nehmen, die man auch schon in dieser oder ähnlicher Konstellation mehrfach schon irgendwo gelesen oder gehört hat oder gesehen hat. Aber ich finde, dass sie es sehr, sehr gut in einer relativ knappen Zeit auch. Der Film geht 105 Minuten, also in einer Zeit, wo irgendwie gefühlt jeder Film irgendwie mindestens zweieinhalb Stunden geht. Schaffen sie es, diese Konzentration zu stemmen und gleichzeitig aber auch doch viel mehr über die Gesellschaft auszusagen und über das Leben der Leute, als es jetzt auf den ersten Blick klar wird. Und wie du sagst, ist auch sehr universell, weil es halt natürlich grundsätzlich darum geht, wie gehe ich mit mit Schuld um? Wie gehe ich mit, ja, was mache ich mit Schuld letztendlich? Kann man es überhaupt sühnen und wie, welche Möglichkeiten gibt es? Die Möglichkeit des Widerstands, was du ja auch gesagt hast, das wird ja in dem Film tatsächlich mit dem Ende, ohne es zu erzählen, in den Raum gestellt, dass es tatsächlich möglich ist, wenn man es tut. Und das ist schon ungewöhnlich und stark und damit sehr universell. Auch sehr schön, wie sozusagen dieses Thema mit der weißen Kuh eben in diesem Schlussbild dann tatsächlich nochmal mit dem ganzen Drama, was sich auf der inneren Ebene abspielt, zusammengebracht wird. Also ein starker Film, kein besonders überraschender Film, finde ich jetzt. Genau, finde ich auch. Es geht so genau erst in diesem, ja, in diesem, was wir von den iranischen Film kennen. Ist es genau das, was wir erwarten? Aber sehr gut gemacht. Ganz genau. Sehr gut gemacht und lässt doch auf mehr Filme hoffen. Jetzt gab es natürlich da auch schon, glaube ich, politische Auswürfe oder Repressalien gegenüber den Filmemacherinnen, hoffen wir, dass da was nachkommen kann. Genau, der nächste Farah, die ist ja schon auf dem Weg. A Hero, der kommt auch bald in die Kinos, der auch schon ein großes Lob eingeheimst hat. Also es wird, das iranische Kino bleibt spannend und ist spannend und dieser Film ist Beispiel dafür. Grün? Grün, ja, grün. Ja, grün.